Hallo meine Lieben, grüß euch. Wir schauen ein bisschen Tier 5 zu und zwar Kangoo Island habe ich noch nie gezeigt. Einmal. So eine schöne lustige Musik, wenn jetzt noch geht's meine Lieben und mit diesem Surround Boomerang. Wir schauen mal. Na ja, bisschen höher kann man da schon ballern. Ah, kommen Sie mal ein bisschen reizigen Euro Leute. Ab geht's. Wir fahren mal den Neon aus Leute. Was dir nicht so stört. Dann können wir uns auf Kangaroo konzentrieren. Schön ist noch in der Woche Videos. Es werden in dem Beilaufen 93 Cash Games und runter 200 Euro noch beim Roman Legion. Ich muss kein Gewinner in der Spielung. Ja, das ist das. Richtig australisch. Ein australisches Spiel. Wie könnt ihr mal hier den Räumen da geben? Ja. Oh 5er. Sind sie richtig? Ja. Räumenlos. 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 Was keiner sagt. Das ist möglich. Das ist wirklich auch nicht der Lateiner. Oh. Ja. Ich bin ein bisschen Pirat ne. Nebenbei Leute. Bisschen Piratschart. Schart nicht der Pirat. Berat Schart. Berat ist nicht Schart. Oh, das sieht aber gut aus. Ne? Okay. Und werpt rein? Vielleichtercast. Oh, das sieht gut aus. Dannido. Geizkrägle. Glöns. Glönske Geizkrägle. Jetzt haben wir ihn. Ja, sagst du, jetzt haben wir ihn. Jetzt bin ich noch entspannt, so, aber gleich noch Peng Peng macht am Anfang gleich. Nein. 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 Erster. Zweiter. 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 Zweiter, ganz hinten. Oh, jetzt hat er zwei in der Reihe reingehauen, und wir haben noch zwei Spiele. Und wieder zwölf Cash Caps drauf, Leute. Und über 100 Cash Caps drauf. 105 genauer gesagt. Eins haben wir noch, oder? Ne, das war der letzte aber noch. Gibt der letzte Spiele Gashys. Gell? 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 Immer. Immer. So, was macht unser schöner Boomerang? Boomerang. Dann finden wir immer zwei Boomerangs, oder? Boomerang Caps. Boomerang Caps. Boomerang Caps. Guck mal! Möklig! Guck mal! Komm dich nicht hoch. Sorry. Oh, Schlange für den Mars. Was ist eine Schlange? Was ist das eigentlich? Was ist das für ein australisches Viech? Soll es ein Strauß sein? Vogelstrauß gibt es in Australien gar nicht. Vogelstrauß? Was sind das für ein Vogel? Was sind das für ein Ding, Leute? Das ist ja komisch. Schreibt mal in die Kommentare, ob es Vogelsträuße in Australien gibt. Ich glaube nicht. Das ballert aber sauber. Was? Wo man einen Ballert? Baby. Komma, Baby! Wo man einen Ballert? Oh Ah Ah Der kleine Haken Das ist ja Es gibt große, kleine, mittler Haken beim Piraten Rollen Der kleine geht bis 2,40 Der mittler geht bis 5,80, 6 Euro Der große geht bis 9,90 sogar Der große geht bis 9,90 sogar Das war cool damals Die kleinen Zockies Ich kann da noch 3 Games spielen Crystal Ball Und dann Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Warte gut, bis zum nächsten Mal